Wie heißt sie? Matidan. Aha. Siehst du, da ist noch ein Baby und schläft, ne? Das ist ein Baby, wie das ein Matin da. Haben nach vorne Schnudeln? Die haben die Schnudeln, die haben eine Nase. Und haben, haben aber, ähm, haben, haben, haben nach vorne Schnudeln? Hm, das weiß ich nicht, oder? Die haben das nicht, weil, wenn, ist das ein Baby, nein, das macht jeder. Ach so. Fünf, sechs, sechs. Jetzt, der da seine Zähne. Die kleinen Zweige fressen Sie. Das hat ein bisschen groß in die Hand. Wie geschickt die mit dem Wasser in der Tat. Es ist wie ein Bier-Eier heimlich. Wie werden Sie so machen? Ich will nur passen, dass auf die Zunge lebt, dann kann die da noch nicht verweißen. Mal sehen, Renner. Mal sehen, ob es ein Falsch wird. Um ein Falsch, dann kommt er auf die Straße. Halt! Hilf mir! Sie sollen mich aufhören zu kratzen! Hört auf mit dem Kratzen! Du bist doch der Löwe! Hör uns einfach mal los! Auf die Gehirn! Beim Liegen hätte man es dran können. Der Bruder hat schon mal daneben gesessen. Jamie, Luca. Jamie, wenn du zu wild bist, dann halt auf. Machen wir den Falten? Aber nicht anfassen, Julian. Machen wir den Falten? Du dürft ihn nicht jagen. Du dürft ihn in Ruhe lassen. Machen wir den Falten. Das ist auch Julian, ich hält das um. Nein, das hält nicht um. Warte, warte. Papa hat ja schon mal so die Kinder rein. Ja, das stimmt. Aber rüscht sie da nicht. Das macht man ja auch nicht. Aber rüscht sie da nicht. Zeigt die Kinder erstmal schön, was man nicht darf. Ja, ja. Dann hat sie schon so voran, wenn man nicht so groß ist, warum nicht was zu machen. Okay, danke. Also mach ich den Hinweis. Ja, ja. Ja, danke. Tschüss. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020